mich Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Battlefield Abonniert mich! Battlefield 3 Der Powershark und der... äh nicht der Powershark, sondern der Daniel Tut mir leid und der Francesco sind mit mir im TS und ähm unterstützen mich ähm seelisch ne Runde Ja, seelisch körperlich Ah, alle aufzuhören so wie das gehört Falle nur Geld Wie bitte? Ja, wir bekommen Geld dafür sogar ganz viel Du kannst nicht mehr Anlassen Sie zahlen Alter Wolf ist so schwach, guck mal seine Verteidigung an Guck mal seine Verteidigung an Guck mal seine Verteidigung an Seine Bock ist so Schrott, die kann ich mit einem Katapult einreißen Ich kann ihn mit einem Katapult einreißen Hehehe Das ist ein Schweins... Schweinsverteidigung, zieh dir mal die hier rein Eine Schweinsverteidigung, was ist das denn bitte? Ähm, Schwein? Schwein? Das ist ein Spieler in Stronghold Scheiße, sehe ich den Spieler in Stronghold Ich weiß, dass ich den Spieler in Stronghold bin Er spielt ja keinen Stronghold, der ist ein Verräter Er ist ein Verräter Er ist ein Verräter! Auch lieb Ähm, warum spärst du hier deine Steindinger ein? Weil er das halt so macht, ist doch egal Hauptsache ist, dass er es macht Auch das ist Auch geil Ein paar Ochsenjochte Ist keine Sorge Ja, der hat mich denn getroffen mit der... Ah, der... Ah, der... Ah, der... Er hat dich getroffen, indem er dich getroffen hat Ja, er hat mich getötet, hat er mich Ähm... Alles klar, dass es gar keine Eisenminen mehr gibt Das kann schon Sind ja alle voll Halt durch, Feiner! Wir brauchen nicht genug Fail Ähm, ich sag dazu einfach nur Fail Ja, sag dazu Fail Ja, hab ich doch gerade! Fail Kannst noch lauter sagen Fail Oh, da hab ich ein bisschen Land gewinnen Ähm... So Nur mal ne Weizenfarm und eine Käse Äh... Ach, viel Ich will jetzt keine Post haben War übrigens mein E-Mail-Programm Nicht, dass jetzt alle ihr E-Mail-Programm schauen Ähm... Ähm, wieso hast du drei Truppen? Bist du ein Hacker? Ne, bin ich nicht Achso, Ballisten Ja Ich hab Ballisten Das ist was Brauchen Nice Warum nälst du nicht jetzt Füllung? Reichenheit zu machen Bleibt mir überlassen Hallöchen Was willst du nicht sagen? Ich hab dich getroffen, doch nicht auf dich getroffen Mal ganz ehrlich, ich mach jetzt Rift tot Das sollte Anasasien eigentlich reichen Das sollte Anasasien eigentlich reichen Das sollte Anasasien eigentlich reichen Weiter regt mich da oben langsam auf Regt er dich auf, sagst du? Ja, dann regt er auf, sag ich Oder Würde ich auch sagen, mit Katapulten, oder? Okay Nein Warum heute ist ja langweilig Ich meine, denn jetzt hierbei bei KI Ja, nö Weiß, die KIs, die verstehen das sogar Ja, klar Der mei, ich hab bloß So, der Wolf schreit Wolf hat mich beleidigt Er hat etwas über meinen Vater gelästert Ja, ähm, ich Bin scheiße War dein Wort, oder? Ich hab's vollendet Hab ich recht, oder hab ich recht? So stehen da Mal ganz ehrlich Back dir einen Kuchen Back dir einen Eis Ooooo Gees Seine Ausraster sind normal, nicht wundern Ooooo Übrigens, alle Mann, das dürfte noch vor Haus kommen, live stream nicht vergessen Freitag Keiner braucht einen Livestream Auf jeden Fall Da ist Hammer gefragt Oh, ich einfach bloß planen, weil da niemand ist für Ich hab's gefragt Er fragen, warum, ähm, er eine Fehlgeburt geworden ist Er macht da einfach seine Tore kaputt Er ist so unlogisch Meine Assassinen Meine Assassinen Klettern Einfach so Die Tore hinauf Irgendwann sie die Mauern Und wohl Die einfach so freistehen Okay Okay, doch nicht Ach, er darf verrecken Na, endlich meine Wo ist laufend mein Asserzienchen? Von hinten Hm Ich hab grad ein paar, äh, länger von hinten Ich hab's nur was zu von hinten Ja, aber nice Wann hat der Wolf Aufpasst mit? War ich nicht Was ist? Ich hab den Wolf nicht getötet Steht auch nicht so da Ähm, da sind nicht übertrieben viele Truppen, ne? Ich hab keinen Marktplatz Ähm, brauchst du vielleicht irgendwie Steine? Francesco? Francesco? Hi Ähm, Francesco? Nein, ich bin nicht da Francesco ist nicht da Nein, ich bin nicht da Ähm, wir hören dich nicht Ähm, könntest mir vielleicht ein bisschen helfen? Hörst du mich erst? Ja, jetzt hören wir dich Wir hören dich laut und deutlich Nein Okay, dann geht's jetzt so ein bisschen lauter! Ha Weiß nicht so gut Ja, ich hab's gerade gemerkt Ja, ich hab's gerade gemerkt Ich hab's gerade gemerkt Mit Falls sie das noch nicht wissen Teils ihn hier mit mit Meine Beliebtheit sinkt Ach man, oh ey So gehört, er will mich zermalmen. Ist irgendwie lecker, das ist auch ein bisschen. Oder ich lecker. Ein bisschen. Ein bisschen. Das ist wirklich... Jawohl. Wenn du weg bist, lass... Och, mann, oh... Jetzt bin ich wieder nicht so gut, ist doch scheiß. Zehn, neun schon wieder. Das ist wirklich... Ich fände meine Leute gestoppt. Das ist wirklich... 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 Zwölf, zehn flachen, das geht auch noch besser, ey. Wie schaffst du's? So was habe ich nur keine Chance nicht. Wir haben gerade die Scheiß für uns, Hanemann! Ganz schön! Ich habe den Scheiß für mich, bitte. Alter, das ist ein bisschen! Alter, das ist ein bisschen! Alter! Uah, es kommen ein Pappchen, mich besuchen. Da komm's! Äh, mich, äh, mich kommen ein Pappchen besuchen. Okay. Alter! Scheiße, das ist ein Fail. Denny da rum! Scheiße, das wollte ich denn schon wieder. Ähm, ich weiß, wo eine Stelle noch von dir offen ist. Okay, und wo? Ich weiß nicht, aber es ist auch noch eine Stelle bei dir offen, und zwar vorne. Da, ähm, ganz ganz vorne da. Ähm, es ist weit offen. Äh, sch... Ah! Da ich nicht. Nö, weiß. Ach, ich... Stil, steht da und da. Gar nicht, nee, nee, nee. Wie elend da einfach mal meine Fettchen verrecken. Ich würde sagen, du gehst dann direkt Agro auf Kalib, oder? Auf jeden. Alter! Boah, ich hab schon wieder kein Fressen. Haha. Nicht irgendwas anderes. FTW und so. FTW und so. Kann dir ja etwas. Ja, ja klar, etwas wäre natürlich schon ein guter Anfang. Im Freistand, ne? Tischen unser... Tischen... Tischen... Ich sag dir, Essen. Nicht Weizen. Weizen ist kein Essen, du Arsch. Er wird leider nicht gebraten. Er wird nicht gebraten. Er wird nicht gebraten. Ich bin einmal ein Stich-Mack. Aber, weil ich da nicht gebraten. Eine Stich-Mack für die Einfluss. Und, wenn man sich hier nicht verraten ... Aluna Jail Ich werde überfallen Die Wagenkammer ist voll, mein Lord Hast du diese Neuigkeiten schon gewusst? Auf jeden Fall Florian fühlt sich die ganze Zeit angesprochen Das ist nicht mehr normal Auf jeden Fall ist das normal Weil ich das sobald eine Ex Torken kann Was? Torken nicht Ganz de Nacht Ja du auch Bin ich angerufen? Oh, warte Oh 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 Hallo 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 Ich bin schwer Und so ein Bastard am Telefon Morgen Ich hab irgendwie keinen Bock aufs Traum heute, ich weiß jetzt nicht warum Tschönen Hörgern Wunder Was ist das schon wieder? Oh, hier können Oh, hier können Nein Ich nicht aber über alles in die Vollidurt also soll hier wie du oder auf jeden Fall auch ne jetzt wird mein Wasser noch da gefallen ich höreste es haben Opfer meinen ähm er hat mich gerne mehr das hat nicht sofort katastrophen angegriffen wirst und ein paar Ballisten das ziel ist genau vor dem der trifft nicht wenn sowas heutzutage tut weh die Oh, ey, ey. Nein, wir sind nicht da. Das ist nix mehr. Ich tue mal direkt Agro auf Saladin gehen und du tust mal direkt Agro auf Kalif gehen. Das ist nix mehr. Ey. Nein. Du scheiße, er braucht halt Sand. Ach, die an Eis. bei Francesco kannst du zufälligerweise Team Fortress fühl dich nicht immer angeschrieben 3 4 4 4 5 0 0 0 1 4 5 Regen Bundeskanzler schönes Thema um Schakalacka Bum 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 warum sind deine Tore zu Lurie fühlt sich mal wieder angesprochen ich bin immer angesprochen versteht ja auch kein Zeichen Florian wenn du dich so angesprochen fühlst und dann back dir mal ein Eis und kauf mir ein Francesco was soll das was soll was was du sollst eigentlich wissen das ist ja nein die machen meine ganzen Trieborker kaputt das ist nicht mehr das ist nicht nett weil eben ist so ich würde sagen du bist mal Agro auf Kalif habe ich gesagt Francesco mit deinen tausend Pferdchen würde das wohl gehen oder auf jeden Fall oder auch nicht kommt halt drauf an alter das ist eine Ding da machen wir jetzt weg mach es weg ich mache den ganzen Tag und die machen alle Dinger mehr kaputt ich glaube könntest du das liebst nö das liebe ich gar nicht auf jeden Fall ich mache das Alter, mach das. Alter, mach das, mach das, mach das, mach das. Alter, mach das, mach das. Alter, mach das, mach das, mach das. das Leben ich hab mich auch das ist auch ein Verkampf wir wollen ihn das auch aufziehen Nadine auch nicht gelten werden Häh, ich muss dich töten werden, aber nice. Mach das mal, weil ich zu gern nicht sehe. Ähm, gerade nicht. Boah, Alter. Ha? Mach ich gleich mal. Ah, das ist ja echt. Ich habe es ungefähr noch nicht mehr in dieses Spiel. Ich habe mir gesnackt. Ist noch jemand zum snacken gesnackt? Doch nicht. Auch gesnackt? Nee, nicht gesnackt. Kann ich ja mal alles haben. Nächste ich gleich. Boah, warte mal. Auf dich, warte. Auf dich, warte mal. So. Ich habe wieder zwei Folgen Battlefit aufgenommen. Ich werde morgen dann erst die Videos hochladen, also eine Battlefit Folge, eine Minecraft Folge. Gut ist wie. Da muss ich erst noch alles rein, dann muss ich selbstverständlich. Team Deadman-Trippen, so. Ah, ein Firmat sich freigeschaltet. Ja, okay, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.